Einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Dennis der YouTuber und wir haben 1.33 Uhr, ja bleiben sie dran, es geht gleich los, bis gleich, peace. So, dann bin ich wieder, und wie hat euch mein Rap gefallen und ja, meine Ergebnisse habe ich auch durchgesagt von Hertha und Bremen und ja, meine Freunde, ihr könnt gerne Kommentare schreiben, nett, wie ich gerappt habe und wie schön oder wie gut oder so, was ich noch malen könnte und so, leider braucht ihr nicht jetzt schreiben, ob ich, ähm, was ich draußen noch abchecken könnte, ist leider jetzt einmal vorbei, weil ich muss aber warten auf den Test von Georg, das ist ein Betreuer von mir, der hat mir wieder da einen Termin gehabt und am Freitag hat er nochmal angerufen, hat sie gesagt, dass deine Frau positiv ist, also sie hat das, die bis 14 Tage in Karthene, und ja, da warte ich Montag ab, und wenn es negativ ist, ist er und ich auch, dann können wir beide wieder treffen, immer noch, und auch wer zur Gruppe kommen, der kann ich auch wieder, für euch, weiter abchecken. Ja, meine Freunde, was macht ihr noch heute Schönes? Ich wünsche euch einen schönen Morgen erstmal, ähm, ja, meine Freunde, jedenfalls, Adrian ist auch ein bisschen enttäuscht, dass ich, äh, vielleicht in Karteine musste oder so, wegen, er will, dass ich am 3. Januar, Februar, ja komme, weil er da was Essen kocht für uns, weil er seinen Geburtstag hat da gehabt, hat es auch hier durchgesagt bei mir, in meiner Sendung, ja, meine Freunde, das wird aber schwierig, und, ja, ich muss mal gucken, und so, morgen jedenfalls fahre ich mit meinem Fahrrad, da ich nicht anstecke bei U-Bahn und so, zu viele Leute, äh, so, fahre ich lieber mit dem Fahrrad, zu Gruppe und werden nach Hause, und, ja, außer wenn es regnet und, äh, schnallt, dann muss ich leider, beziehungsweise, mit U-Bahn oder Bus fahren, weil ich will nicht auf den Schnurz zu fliegen oder so, wie gesagt, ähm, ja, meine Freunde, also, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt den schönen Sonntag, ich räume heute mein Budi auf, wische und fäge, und danach, bin ich fertig, dann gehe ich noch duschen oder baden, das ist meine, das ist meine Aufstellung für heute, und dann früh ins Bett, weil morgen muss ich, ähm, erstmal um 8 Uhr, äh, zum Bänkchen, runterrennen, da fahre ich mit öffentlichem Nahverkehr, das ist nur eine Station, mit U-Bahn, und, da fahre ich wieder nach Hause, und danach fahre ich mit dem Fahrrad, also, dass ich um 12 Uhr, da, pünktlich bin, und, ja, meine Freunde, mal gucken, was ich bin morgen, ich teste nämlich morgen, normal, also, hier habe ich gesagt, am 1.2., äh, der 1.2., so rum, aber, ne, muss ich, weil, jetzt das Ding rausgekommen ist, also, wie gesagt, Leute, meine Freunde, also, wir sehen uns noch, Peace, wenn ich nicht draußen bin oder so, mach ich denn nur hier, wenn ich zu Hause bin, also, ich bin raus, Peace, ihr seid die Besten, und, wir sehen uns, und, also, bis dann.